Ich schätze, ich soll ihm folgen. Versteht mich hier jemand? Kapiert, dir nach. Dann geh auch. Coole Stiefel. Ich schätze, ich schätze, ich schätze. Was ist das? Ich schätze, ich schätze, ich schätze. Was? Hier, holt ihn euch! Schieß zurück! Los, schieß ihn zurück! Schießen! Schieß! Vergesst es. Oh, na bitte. Wollt ihr Ball spielen? Hi, wie geht's, Kumpel? Die, das ist so krass. Die, das ist so krass. Oh, das ist so krass. Ich schätze, man soll den Schmer zu ihm sein. Da immer schätze, wir spielenpüren. Der Kumpel ist so krass. Wo nach oben, also? Da auch, es spielt so krass. Die, das ist so krass. Du bist so krass. Das war's nicht so krass. Denn da ist so krass. Ich schätze, die zu schmerzen. Hey Kinder, ich kann euch sehen. Ich kann euch sehen. Hat sie das getan? Nein, nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schäfer gut ist ja. Ja, ja, nie Gott sie sind. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut, gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo, wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die haben Sie also besiegt. Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiel nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamalan und Gengis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er Herr sein, Nate. Dann ist Lazarewitsch wirklich ein Spinner. Er jagt ein Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin. Tingsanen. Pala Tinggongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du, das ist ein Ding. Jetzt, wo du es sagst. Du, Tenzin. Pantomime liegt mir nicht. Guck, was? Schon mega. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Was ist 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 das?